Wenn schon spielen, dann richtig. Ich bin in Frankfurt am Flughafen und lasse mit einer Münzwurf-App auf meinem iPad das Schicksal entscheiden, ob ich in China wirklich mein Glück suchen soll. Flieg ich nach Hongkong oder nicht, das muss jetzt die Münze entscheiden. Wenn Kopf kommt, flieg ich. Wunderbar, ich flieg nach Hongkong. Aber Hongkong ist nur eine Zwischenstation, denn eigentlich will ich auf einer Halbinsel 70 Kilometer vor Hongkong, nämlich Makao. Das Verrückte ist, dort gibt es 30 Casinos und diese 30 Casinos machen siebenmal mehr Umsatz als die über 100 Casinos in Las Vegas. Verrücktes Makao, das schaue ich mir an und damit ich nicht vollkommen verarmt aus dieser Spielehülle nach Hause komme, habe ich mir ein Limit gesetzt. Maximal diese 250 Euro gebe ich für den Nervenkitzel in Makao aus. Kann also ein kurzer Trip werden. Kurz ist relativ. Direktflüge nach Makao gibt es aus Deutschland nicht. Das heißt, erst mal elf Stunden nach Hongkong. Und dort finde ich heraus, dass es viele Wege ins Spielerparadies gibt. Lassen wir ein weiteres Mal das Schicksal entscheiden. Es gibt wohl zwei Möglichkeiten nach Makao zu kommen von Hongkong aus. Entweder mit dem Helikopter oder mit der Fähre. Und vielleicht sollten wir einfach die Münze entscheiden lassen. Sagen wir mal so, wenn Zahl kommt, nehme ich den Helikopter. Leider Kopf, das heißt Fähre. Bye-bye Luxus-Helikopter für 300 Euro, dafür 65 Kilometer auf einem Schiff. Der Vorteil, ich muss erst nach der Ankunft in der chinesischen Sonderverwaltungszone durch die Passkontrolle. So, meine letzte Station auf dem Weg nach Makao von Hongkong mit der Fähre nach Makao. Dauert ungefähr eine Stunde und kostet 30 Euro. Ich schlafe jetzt mal runter, glaube ich. Eine gute Idee, denn in Makao erwartet mich eine einzigartige Mischung der Kulturen. 450 Jahre war Portugal Schutzmacht der kleinen Halbinsel vor der chinesischen Küste. Heute ist es eine sogenannte Sonderverwaltungszone. Und viel Platz gibt es hier nicht. Auf einem Gebiet halb so groß wie Bremen drängeln sich 600.000 Einwohner und Millionen von Touristen aus aller Welt, die das Las Vegas des Ostens jedes Jahr besuchten. So spannend dieser Kulturenmix auch ist, alles dreht sich in Makao ums Glücksspiel. Das ist doch mal eine nette Grüße hier. Also, nach 20 Stunden bin ich endlich in Makao. Und man wird gleich geblüßt, hier mit so einem feuchten Waschlappen, gefühlte 100% Lüftfeuchtigkeit und 35 Grad. So, jetzt müssen wir nur entscheiden, wie komme ich in mein Hotel. Spielen wir drum, oder? Werfen wir eine Münze, entweder mit dem Hotelbus oder mit dem Taxi. Sagen wir mal, Zahl ist Taxi. Das heißt, wir nehmen den Hotelbus. Und der ist erfreulicherweise kostenlos. Das MGM Hotel ist eines der kleineren Hotels in Makao. Es hat nur 600 Zimmer und Luxussuiten, die noch kein Fernsehteam zuvor gesehen hat. Prunk, wohin mein Auge schaut. Ein portugiesischer Innenhof mit riesigen Glasschmetterlingen und einem Aquarium. Und ein erster Blick ins Casino, das rund um die Uhr geöffnet ist. Ich treffe Christian Westbelt aus Deutschland. Er arbeitet erst seit einigen Monaten hier als Hotelmanager. In Las Vegas gibt es fünf MGM Hotels. Was ist der Unterschied? In Las Vegas bezeichnen wir uns sehr liebevoll gemeint als der große Gorilla am Strip. Uns gehören also 60 Prozent der Ländereien. Und bis vor zwei Jahren haben wir hier mehr Umsatz gemacht, als unsere Kollegen kombiniert in Vegas. Das zeigt einfach die Intensität, auch mit der hier gespielt im Casino wird, aber auch für uns, wie hier gearbeitet wird. Fetter Prunk überall. Ich bin ja ein normaler Gast. Für echte VIPs gibt es einen extra Eingang. Hier werden Gäste eingecheckt, die in unseren Suiten, ein- und zwei-Bett-Suiten, oder in unseren Villen wohnen. Oder auch besondere Casino-Gäste werden hier eingecheckt. Das sind denn die sogenannten High-Roller? Das sind die sogenannten High-Roller und der Rahmen ist, glaube ich, sehr ansprechend. Tja, wer es mag, vielleicht ein bisschen viel Marmor. Doch hier weiß man, was reiche Chinesen erwarten. Es sind wohlhabende Gäste, sowie auch Leute, die in dem Casino hier eine Möglichkeit sehen, um Geld zu machen. Ich möchte nicht sagen, das ist deren Job oder Arbeit, aber es wird schon als Möglichkeit gesehen, Eigentum zu vermehren. So wie Amerikaner eher an die Börse gehen, wir Deutschen vielleicht eher an Bundesanleihen denken, ist das das Gambling eine kulturelle Sache in China. Kann ich mir mal so eine High-Roller-Suite angucken? Ich glaube, das wäre der beste Zeitpunkt dafür. Gerne. Lass uns gehen. Wir befinden uns auf der 30. Etage und hier sind nur unsere Villen angesiedelt. Wir haben insgesamt 15 Villen und alle haben Sehblick. Bitte sehr. Hier sind wir. Wow. Das ist die am größten Ausgestattete, hat 380 Quadratmeter. 380 Quadratmeter? Ja. Wow. Das entspricht einer mittelgroßen Villa in Deutschland. 2 Schlafzimmer, ein Fußballplatz, großes Wohnzimmer, ein Karaoke-Zimmer mit Mega-Flat-Screen und ein kleiner Spa-Bereich, oder wie nennt man das hier? Das ist ein kleiner Wasser-Entertainment-Bereich für die Gäste. Schön gesagt, kleiner Wasser-Entertainment-Bereich. Die Spiele sind wahrscheinlich so, dass sie dahin gehen, wo es ihnen am besten gefällt. Wenn unsere Casino-Gäste besondere Wünsche haben, das geht bis zu einem neuen Toilet-Bowl, auf Deutsch das Wort ist Toilettenschüssel. Dann wird auch die Toilettenschüssel ausgetauscht in allen Bädern der Villen und der Suiten. Das machen wir dann innerhalb von wenigen Tagen. Das ist das Standard-Setup der Villen zur Zeit. Kann natürlich jederzeit aufgestockt, geändert werden, je nachdem was der Gast möchte. Darf ich mir was klauen? Bitte sehr. Echt? Ja, selbstverständlich. Einmal aus der teuersten Suite hier im Hotel zu trinken. Jetzt bin ich aber gespannt, was kostet dieser Luxus? Es gibt keinen offiziellen Preis und das wird nur vermarktet und verkauft über unsere Casino-Abteilung. Das heißt, die Leute, die hier richtig viel Geld verspielen, wohnen hier umsonst? Das kann man so sehen, das ist richtig. Reicht eine Million, wenn ich jetzt anrufe und sage, ich will eine Million hier verspielen? Herzlich willkommen! Da ist es wieder mein Problem. Wie mache ich aus meinem 250 Euro Spielgeld eine Million? Und auf welches Spiel setzen die Chinesen? Das ist mein Einsatz, das sind meine 250 Euro. Umgerechnet in Hongkong-Dollar sind das 2500. Und ich bekomme jetzt eine ganz private Trainingsstunde in einem VIP-Raum, um dieses Spiel zu lernen. Ich glaube, ich nehme mal 500 Hongkong-Dollar, das sind 50 Euro. Und hätte gern Chips. Okay, I take 100 Hongkong-Dollar auf Playa. Baccarat ist das Lieblingsspiel der Chinesen. Eine Art 17 und 4, nur, dass man hier nicht mehr als die Zahl 9 erreichen darf. Klingt kompliziert, ist es auch und kann teuer werden. Okay, so, das ist schon mein letzter Chip. Ich spiele jetzt vielleicht seit 10 Minuten und das sind rund 50 Euro, die ich gerade verspiele. Also wenn das jetzt keine 9 ist, habe ich 500 Hongkong-Dollar verloren in relativ schneller Zeit. Sie haben gewonnen. Tut mir leid, Sir. Danke Ihnen. Also, alles verloren. Und so schnell geht das im Casino. Alte Regel ist, Casino gewinnt immer. Auf Wiedersehen, Sir. Zumindest habe ich so einigermaßen kapiert, worauf es beim chinesischen 17 und 4 ankommt und will jetzt mal mit den Profis spielen. Im Vergleich zu Las Vegas ist hier in Macao auf der Straße, auf dem Strip, überhaupt nichts los. Ganz komisch, keine Läden, keine Händler, nichts. Aber die Hotels sind fast die gleichen wie in Las Vegas. Nur noch viel gewaltiger. Das größte Casino-Hotel der Welt steht hier. Dieser Prunkbau hat nicht nur über 7.000 Zimmer, sondern sogar Wasserkanäle mit venezianischen Gondeln. Das größte Problem hier in diesem Casino, wie in allen in Macao, ist, man darf auf keinen Fall fotografieren oder filmen. Und sogar, wenn man mit einem Handy erwischt wird, kann es sein, dass man die Bilder löschen muss. Also, ich gehe jetzt mal spielen, versuche ein bisschen, mein Geld aufzupäppeln. Und die kriegen das irgendwie hin mit den Bildern. Unsere Kamera darf nicht mit rein. Deshalb machen wir in den nächsten Tagen in anderen Casinos heimliche Aufnahmen. Einarmige Banditen, Roulette und Würfelspiele könnte auch Las Vegas sein. Nur wird hier um viel mehr Geld gespielt. Mich interessiert, was in dieser künstlichen Welt des Mega-Casino-Komplexes noch geboten wird. Hunderte von Luxusgeschäften und eine italienische Gondelfahrt. Ich habe jetzt gerade im Casino gespielt. Ungefähr 3 Minuten noch mal 20 Euro verloren. Es wird also echt langsam knapp. Diese Gondelfahrt hier kostet 12 Euro. Und vielleicht kann mich der Kollege ja ein bisschen auffattert. Makao ist erst seit 17 Jahren eine Sonderverwaltungszone Chinas. Vorher gehörte es zu Portugal. Es ist schon echt schräg hier in Makao. Auf der einen Seite ein buddhistischer Tempel. Und da drüben dann die Überreste der ersten christlichen Kirche in Makao. Zwei Welten. Portugiesisch und chinesisch. Cool. Und er hat die Kolonie vor mehr als 400 Jahren entdeckt. Und seitdem verstehen sich die Chinesen und Portugiesen immer noch gut. Vielleicht, weil sie seit jeher eine gemeinsame Leidenschaft haben. Das Essen. Überall auf den Straßen wird mir Essen angeboten. Probieren unbedingt erwünscht. Sie hat auch was zu essen hier. Hey, was ist das? Schwein. Ja. Schwein. Gegrillt mit Honig. Thank you. Wer nach Makao reist, ist als Europäer ziemlich alleine. Obwohl vieles hier europäisch aussieht. Aber 90 Prozent aller Touristen kommen aus China. Und alle wollen was mitbringen aus Makao. Kekse. Die gelten daheim als absoluter Luxus und sollen Glück bringen. Du musst dich diese Schlange mal angucken. Die stehen hier an für Kekse. Und das stundenlang, um eine dieser gelben Keksschachteln zu bekommen. Das ist hier eine kleine chinesische Keksfabrik. Da werden die Kekse gebacken, da werden sie eingepackt und da werden sie verkauft. Und ich versuche mein Glück im nächsten fensterlosen Casino. Chinesen spielen hier bis zu 18 Stunden täglich und verlassen ihr Hotel nie. Makao, das Las Vegas vor der chinesischen Küste, schläft nie. Die Casinos sind 24 Stunden geöffnet. Die riesigen Hotels versuchen alles die Besucher in ihre Spielhöllen zu locken. Und ich nutze das schamlos aus. Es gibt hier in Makao einen ziemlich genialen Weg, um sonst von A nach B zu kommen. Überall an den wichtigen Punkten in Makao stehen junge Damen und Herren mit guter Absicht. Die verteilen nämlich Busgutscheine, um in eins der großen Casino-Hotels zu kommen. Das kostet nichts und man muss einfach nur Hallo sagen und dann gibt's einen Gutschein. Hallo! Hallo! Studio City? Ja. Wo ist der Shuttle-Bus? Geradeaus und dann über die Straße, dann sehen Sie die Station schon. Der goldene? The golden one, ne? Ja, da entlang und dann kommt die Shuttle-Bus-Station gleich. Danke! Also Sie kriege ich nicht umsonst mit, aber die Busfahrt ist umsonst. Und in das Hotel will ich sowieso, denn da gibt es das einzige Riesenrad in Form einer Acht. Das wäre ja nicht Makao, wenn das nur eine einfache Busfahrkarte wäre. Es ist natürlich auch einmal ein verbilligtes Essen, was ich mir damit besorgen kann. Und ein Los für den großen Tagespreis. Also die versuchen hier wirklich alles, die Leute in ihr Casino zu kriegen. Und es funktioniert. Es ist echt unglaublich. Allein dieses Hotel hat Dutzende von Bussen, die die Leute in der ganzen Stadt einsammeln. Und jetzt fahre ich ein bisschen Riesenrad. Das weltweit erste Riesenrad in Form einer Acht befindet sich im 23. Stock. Kostet 10 Euro pro Person und dauert 12 Minuten. 130 Meter geht es langsam in die Höhe. Weil in China die Acht die absolute Glückszahl ist, hat man dieses Riesenrad in Form einer Acht gebaut. Sozusagen riesiges Glück für alle Spieler in Makao. Mit so viel Glück im Rücken kann ja im Hotel-Casino eigentlich nichts schief gehen. So langsam geht mir nämlich die Kohle aus. Jaja, die große Acht bringt allen Glück von wegen. Wahrscheinlich nur den Chinesen. Ich habe zumindest mal wieder verloren. Aber ich will auch das andere Leben hier kennenlernen. Ins Long-Var-Tierhaus gehen die Einheimischen morgens zum Frühstück. Hier isst man Dimsums und trinkt Tee. Und Dimsums sind so kleine Snacks. Die kann man sich ja einfach nehmen. Hühnerfüße am Morgen. Nein, danke. Das sieht auch nicht so aus wie Schweinefleisch. Ich glaube, das ist irgendwie Lunge oder Pansen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die sehr lecker aussehen. Das ist bestimmt. Schweinefleisch. Das nehmen wir mit. Und noch was. Hefeklöße mit Füllung. So, jetzt suche ich mir den Platz. Dann gibts Frühstück. Sehr starker chinesischer Tee. Und deshalb gibt es immer eine zweite Kanne dazu. Mit heißem Wasser, falls man es verdunnen möchte. In dem Wasser macht man die Schalen sauber und warm. Sieht fast aus wie Kaffee. Sehr starker Tee. Traditionell fängt man in China an mit den scharfen Sachen zuerst. Also dem Fleisch. Dann gibts diese Hefeklöße gefüllt mit, keine Ahnung. Und das hier ist im Grunde ein Biskuitteig. Also was Süßes zum Nachtisch. So eine Portion kostet zwischen 2 und 4 Euro. Und es gibt hunderte Varianten dieser kleinen Snacks. So kann der Tag beginnen hier in Macau. Und jetzt gehe ich wieder spielen. Und das bedeutet Abtauchen in die immer dunkle Casino-Welt. Hier in Macau gibt es übrigens keine freien Drinks wie in Las Vegas. Keine Ablenkung. Chinesische Spieler nehmen das Spielen sehr, sehr ernst. Das ist nicht zu fassen. Auch ich habe jetzt mal Glück gehabt und habe wirklich gerade 1600 Hongkong-Dollar gewonnen. Das sind 160 Euro. Und damit bin ich wieder im Rennen. Ich kann weiter spielen. Ich bin also wieder etwas flüssiger und suche mir neue Herausforderungen in der umsatzstärksten Casino-Stadt der Welt. Essen ist neben Spielen die Lieblingsbeschäftigung der Chinesen. Und nicht alles sieht auf den ersten Blick wirklich lecker aus. Streetfood hier in Macau ist auch Glücksspiel. Man weiß nicht genau, was man bekommt. Es könnte Huhn sein oder auch nicht. Über 90 Prozent der Bewohner Macaus kommen aus China und sprechen kein Englisch. Da wird meine Suche nach etwas Essbarem auch zum Nervenkitzel. Dann werde ich mal mein Glück versuchen. Wir sind schließlich in der Stadt des Glücksspiels. Ähm, esse ich hier was von der Straße oder nein? Wenn Zahl kommt, dann probier ich's. Ehrlich? Okay. Hi. Sprechen Sie Englisch? Nein. 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 What's this? Was ist das? Lunge? Lang? Ja. Das ist Pansen und Lunge und Mägen. Das wird hier gerne genommen. Aber heute nicht von mir. Ich entscheide mich für etwas, das aussieht wie Huhn. Sicher bin ich mir aber nicht. Pilze. Das alles kommt in eine Brühe. Und fertig. Ah. So. Jetzt mal ehrlich, das ist natürlich ganz frisch gemacht. So. Jetzt guck hier zu. Schön zu gucken, wenn ich dein Essen esse. Ob's schmeckt. Wenn man sich erstmal durchgerungen hat, hier etwas zu essen, ist das wirklich lecker und frisch. Also besser geht's einfach nicht. Und es ist nicht teuer. Kann man wohl sagen. Drei Euro habe ich für die Portion bezahlt. Und es war wirklich lecker. Aber was essen eigentlich die Spieler im Casino? Da treffe ich mich doch mal mit einem Profi. Oliver, ich glaub's ja nicht. Ciao, son. Das ist chinesisch für willkommen. Dieses Restaurant ist das größte des Hotels und 24 Stunden geöffnet. Wie bestell ich hier ganz normal mit einer Karte? Und das Menü steht hier. Und es ist sehr einfach. Das sagst du so? Und die Nummer, die Nummer von jedem Tisch ist da drauf. Aber warum bestellen die nicht einfach bei eurer Bedienung und sagen, ich hätte gern Nummer 78 oder so? Die wollen es einfach so haben. Die wollen ankreuzen? Ja. Das heißt, ihr verirrt sich auch kein Nicht-Chinese hin? Nein. Das ist das chinesische System. Darf ich mal in die Küche? Ja, schon. Komm, das muss ich mir mal angucken. Schnellimbiss bekommt hier eine neue Bedeutung. Denn schnell muss das Essen auf den Tisch, damit die Spieler nicht zu viel Zeit verlieren und wieder zocken können. Oliver nimmt mich mit hinter die Kulissen und zeigt mir den Bereich für die über 3000 Mitarbeiter des Hotels. Hier gibt es einen eigenen Supermarkt und einen vollautomatischen Reinigungsservice, bei dem die Mitarbeiter ihre Uniformen waschen lassen können. Und auch die Kantine ist riesig. Und siehe da, die haben hier sogar amerikanisches Fast Food. Verrücktes Macao. Die haben hier einen McDonalds in ihrer Kantine. Dreh durch. Ehrlich, ich habe immer mehr den Eindruck, dass ein Urlaub in Macao sich nur um Casinos und Spielen dreht. So, Zeit für einen kleinen Kassensturz. Mal sehen. Das sind jetzt noch so etwa 190 Euro, die ich von meinem Spielgeld übrig habe. Und das geht schnell mit dem Verlieren hier in Macao. Aber es reicht noch, um mir einen echten Nervenkitzel zu leisten. Und zwar hier, auf dem Sky Tower. Das Ungetüm ist 338 Meter hoch und man kann sich hier gepflegt ins Unglück stürzen. Eine der wenigen Möglichkeiten, sich außerhalb von Casinos in Macao zu vergnügen. Hier auf dem Sky Tower in Macao gibt es gleich dreimal die Möglichkeit, mir den Magen umzudrehen. Man kann ganz nach oben klettern auf die Spitze dieses Turms. Geht heute leider nicht. Oder Gott sei Dank. Viel zu viel Wind. Und das zweite ist ein Bungee-Sprung. Und das dritte ist ein sogenannter Skywalk. Dann läuft man angeleint außen auf diesem Turm herum. Ich finde alles schrecklich. Und ich lasse die Münze entscheiden. Ich bin ja schließlich in der Spielerstadt. Bungee würde ich lieber machen. Bungee ist Zahl. Leider nein. Es ist der Skywalk. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, auf einem 90 Zentimeter breiten Ring soll ich angeleint einmal um den gesamten Tower gehen. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich Höhenangst habe. Und 90 Euro muss ich für diesen Nervenkitzel auch noch hinlegen. Okay, los geht's. Ja. Okay. Oh Scheiße. So schlimm? Ja. Für mich ist das ganz alltäglich. Oh, I'm shit. Das ist echt krass. It's very strange. Ich gehe so wie eine 80-jährige Oma. Wow. Wahnsinn. Wenn man da runter guckt, das ist ... Now it's really schräg. Meine Knie zittern. Das ist einfach echt krass. Ich meine, das muss man erst mal wollen. Die Nummer hier. Ich meine, also wenn man jetzt Nerven hätte, so richtig meine, so cool wäre, dann würde man einfach hier oben stehen und sagen, geile Aussicht. Da ist China, da hinter mir ist Makao und man könnte das einfach genießen. Wenn du's versuchen willst, kannst du dich gerne mal hier auf die Kante stellen. Nein, danke Thomas. Ich möchte mich nicht an die Kante stellen. Diese Hand an diesem Seil ist so festgetackert. Ich glaube, ich kriege die wieder los. Ganz ehrlich, in der Stadt, wo es ganz viel ums Spielen geht, ist das sicherlich ein Nervenkitzel, den man mal ausprobieren sollte. Zumindest ein einziges Mal. Mir reicht's. Von meinen 250 Euro Spielgeld ist fast nichts mehr übrig. Aber einen Nervenkitzel gönne ich mir noch. Der letzte Straßenfriseur Makaos bietet seine Dienste in einem schummrigen Hinterhof an. Und diese letzten fünf Euro verspiele ich jetzt auch noch. Es geht darum, Haare schneiden oder rasieren. Ich hoffe, es wird rasieren. Und wie immer schmeiße ich eine Münze. Wenn Kopf kommt, dann ist es Haare schneiden und wenn Zahl kommt, dann ist es rasieren. Bitte, bitte, bitte rasieren. Es ist rasieren. Und dann legt der Udo Walz aus Makao so richtig los. Hat er super gemacht. Glatt wie ein Kinderpopo. Das war Kai Reister aus Makao. Diese Stadt ist eine Reise wert. Wer spielen will, kann das rund um die Uhr. Viel spannender die Mischung aus chinesischen und portugiesischen Einflüssen. Das gibt es nur hier in Makao, dem Las Vegas des Ostens. Das war Kai Reister. Sie hat sich da geкахst. Ich bin Gewerker. Erstens. Und dann sind die Schnell.